Bist du mutig? Traust du dich, andere Menschen positiv zu infizieren? In diesem Video zeige ich dir zwei Elemente. Das erste ist ein Einspieler. Ein Mann hat sich getraut, andere positiv zu infizieren. Und stell dir diese Frage, währenddem, dass ich dir den Einspieler dann zeige, stell dir diese Frage, ob du dich das auch traust. Und versuch es mal. Denn gerade jetzt wäre es so wichtig, andere Menschen positiv zu infizieren, sie aufzuheitern und sie einfach nur zum Lachen zu bringen. Und das zweite Element hat mich heute in der Früh, ich habe einen absoluten Lachflash bekommen. Und warum dich dieses Video von innen her stärkt, dazu gleich mehr. Wenn du weiterhin dynamische Videos sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal mit der Glocke. Schau dir an, was da jetzt gleich für eine Show abläuft. Wir haben einen ganz normalen U-Bahn-Alltag. Die Menschen sind müde, sitzen einfach da, sind ein bisschen entspannt. Jeder ist so in seiner eigenen Welt. Und dann kommt einer daher und startet seine Show. bis dann eincionalen U-Bahn-Alltag! Und wir sehen an diesem Beispiel, wie wenig Aufwand es braucht, um andere Menschen positiv zu infizieren. Weil genau das ist jetzt so wichtig. Und ich habe noch ein zweites Element für dich. Da habe ich heute in der Früh einen absoluten Lachflash bekommen. Lachen so gesund für uns alle. Eine Minute Lachen stärkt dein Immunsystem, dein gesamtes System für vier bis fünf Stunden. Und wenn du in vier bis fünf Stunden immer wieder einmal eine Minute lachen kannst, vielleicht über andere, aber vielleicht einfach nur über dich. Das ist die höchste Kunst des Lachens. Dann stärkst du dein Immunsystem für weitere vier bis fünf Stunden. Und wir sehen, es infiziert andere Menschen. Und heute in der Früh hat es mich vom Stuhl geworfen. Ich habe ein WhatsApp bekommen von jemandem. Und da ist es darum gegangen, aktuelles aus Österreich, aktueller Medienbericht. Erneut Corona-Demonstrationen in Wien. Und die Demonstranten unter ihnen, die Gruppe der Neonazis und Tiroler. Ich habe nicht mehr können. Mittlerweile geht es wieder halbwegs. Ich habe mich wieder erholt. Aber wenn ich daran denken muss, es ist einfach sensationell. Und in diesem Video siehst du, wie du jetzt aktuell mit einer ganz einfachen Technik mehr Energie gewinnen kannst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Fiati! Vielen Dank.